Hallo Freunde, heute machen wir leckere Cupcakes mit Karotten Nussteig, super saftig, sehr lecker, duftet richtig schön und vor allem das Frosting oben, wunderbar, super, echt lecker. Ich habe hier so zwei mittlere Karotten, die werden auf der groben Reibe gerieben, nun wird der Zucker und die drei Eier schön schaumig geschlagen, das hat jetzt circa drei Minuten gedauert, nun gebe ich hier alles hinein, wir brauchen die geriebenen Karotten, gemahlene Haselnüsse, dann brauchen wir eine Prise Salz, Wir brauchen Pflanzenöl, wir brauchen das Mehl, Zimt, einen halben Teelöffel und immer zum Schluss geben wir das Backpulver. So, das Ganze mit dem Mixer auf der langsamsten Stufe einrühren. In die Muffinform habe ich jetzt zwei solche Papierchen extra für Muffins da reingefügt, nun wird unser Teig auf die zwölf Cupcakes verteilt. Und nun gehen die Hübschen in den vorgeheizten Backofen, ich habe hier zimmerwarme Butter, die wird jetzt gerührt, eine Minute circa, nun habe ich hier Butterzucker, das wird jetzt auch noch gut eingerührt. Jetzt brauchen wir noch 100 Gramm Frischkäse, also hier habe ich 300 in der Packung, also hier ein Drittel davon und wir brauchen Vanillepaste, einen Teelöffel ungefähr. Ah, das wird sehr lecker mit der Vanillepaste, perfekt, nur noch einmal einrühren. 28 bis 30 Minuten brauchen die im Backofen, es duftet so herrlich und ganz wichtig ist, dass sie wirklich ordentlich abkühlen. Und jetzt machen wir eine wunderschöne Haube darauf, nicht allzu große, so ist es fein. Schaut mal, ich habe hier solche Zuckerperlen, damit kann man das dekorieren, auch wunderbar, wenn ihr Pistazien klein schneidet. Und es gibt im Moment wunderbare Karötchen aus Marzipan, die kann man da auch noch drauflegen. Ach, ist das schön. Freunde, super einfach, sehr lecker, duftet wunderbar, dank den vielen leckeren Gewürzen. Einfach mal probieren, das wird euch sehr, sehr schmecken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, freue mich über eure Likes, über eure Kommentare und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte abonnieren. Vielen Dank und bis bald, eure Xenia. Super, perfekt, Hammer.